Hallo und herzlich willkommen zurück bei WeRising. So, ich brauche jetzt eher schon was zu essen. Ja, was zu essen? Echt? Wieso? Ja, weil ich am Wungere bin und habe schon eine graue Arme drumherum. Ich habe noch drei Viertel. Ja, das ist scherredigt. Ich habe auch nicht. So, dann würde ich mal sagen, in der heutigen Folge, das ist schon ziemlich lange her, wir hatten noch ein paar andere Projekte am Start. Oh, vielleicht eins, ey. Ja, werden wir, ähm, ja, was werden wir machen? Baumwollfarm. Baumwollfarm und, oh nein, ich verbrenne. Und, ähm, Erzefarm. Heißen Erzen. Warum reiche ich denn? Esse. Das ist doch doof. Wölfe. Wir holen meinen Wölfe schon mal gleich. Weil, dann können wir gleich loslegen. Ja, warte, dann gehe ich mal Gold A hole. Dämmung geht auf, Tag 68. Sehr schön. Was, die Dämmerung geht auf. Mhm. Mhm. Wenn ich mal Gaul hole, dann muss ich aber erst was essen, ist es so. Kann man jo. Vor der Mine sind noch ein paar. Oh, nee, nee, Quatsch, Baumwollplantage können wir hier gehen. Wir machen jetzt Baumwollplantage. Und dann würde ich sagen, äh, dann gehen wir weiter. Hast du die markiert? Nee, noch nicht. Ich schreit hier ein bisschen durch unser, äh, durch unser Schloss. Okay, ich hab's markiert. Alles klar. Mhm, mhm, mhm. Wieso springt der nicht? Ah, ich komme auf STRG stattdürfen. Ehe, ich hab's nie mehr gespielt, hallo. Wow. Oh, leck. Muss das nochmal nimm hier. Schade brennt. Ja. Ja. Ich bin wirklich tot. Oh, ganze 15. Oh, nein. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Oh, aber jetzt gefährden wir sind auf der Baumwollplantage. Ja, ich muss mich mal kurz heilen. Das ist gar nicht so dumm. Ja. Ich muss nochmal, ey, alter, ich hab schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie die Steuerung hier ist. Die wird jetzt töten. Boah, Knoblauchversäuchung. Oh, leck. Hm, weil die alles vollhängt mit Knoblauch. Also man kann mal anscheinend kaputt machen. Mhm. Na, kann man nicht kaputt machen. Doch, mit seiner Zauber. Echt? Komm, sag mal. Klar, ich weiß es noch. Also ich, gegen, aber es geht gerade eben nicht. Mhm. Dann geht's doch nicht. Na, ist egal. Dann müssen wir schnell abeinander. Ich weiß mal, ich find's die Sichel dafür. Ich glaub, schneller. Gib mal ins Häusle. Mach das. Hallöchen. Boah, das steckt. Alter, die greift mich in der Pfanne an. Alter, was war das? Die wollte sterbe. War's das schon mit Knoblauch... Äh, mit Baum wollen wir nicht. Ja. Ja, leider. Ja gut, geh mal weiter. Ja, ich hab schon eine 100er-Stick-Knoblauchvergiftung. Ja, ich hab schon mal wieder. Mhm. Oh, Wilbur. Gott sei Dank, Wilbur. So, warte mal, lass mich mal gucken. Ähm, wenn die... ... aber noch... Du hast noch eine Baumwoll-Farm durch. Du, Händel, geh mal zur nächsten See. Mhm. Gott, stinkst du nach Knoblauchvergiftung. Ja, aber du, ne? 61 hab ich ja. Ich hab 99. Debuff. Ich 99. Wenn jetzt mal kommt's immer reif. Wenn jetzt dieser komische Tristan kommt, der rutscht uns um. Dat war's dann, ja. Hm. 59 hab ich jetzt. 98. Was war das für ein Krach? Hast du das gehört? Dieses Bum? Nee. Okay. Ich bin aber anscheinend so doof zum Reiten. Oh, nee. Was ist das? Oh, shit. 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 Du wirst dann durch jeden Mobchen durchgerannt, gell? Ha, 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 ha. Das ist einer von diesen Char-Chan, der war dabei. Ich weiß. Diese Football-Spieler für Arme. Mit einem Ausgewicht. So, ist hier next. Oh, ist einfach der Knoblauch. Ist egal. Achtung, Kompannon. Ja, lass es kommen. Oh cool, was ist das? Sonnenblumen. Machen wir Farben. Aha. Knoblauch und Öl draußen machen wahrscheinlich. Knoblauch und Backe. Ja. Sehr gesund. Ah, du bist hoch. Ja. Hallöchen. Ist gar keiner da. Da hab ich schon gekillt. Mist. Diese bösen Menschen hier. 75% Knoblauch Versorgung. So nett. Na, das sind sie. Guck mal. Das ist auch noch einer. Den will ich töten. Ich fress den grad. Ah, nein, 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 nein. Mach ich nicht. Das ist ein Arbeiter. Um Gottes Willen. Uah, leck ey. Da bist du noch ein Baumwollfrau. Geh heute gehen wir doch hin. In der Richtung. Hast recht. Aber du hast auch falsch. Uah, leck. Aufpassen. Aufpassen. Ja. Das ist ganz toll gemacht, Hase. Du hast eine Baumwollfrau. Ach. Steig ab. Steig ab. Oh je. Alter. Mit der Heukabel kümmert. Ja. Jetzt nehm ich ihn. Guck mal meine Freunde. So. Alter, Knoblauch Versorgung. 86. Immer noch 100. Wir machen halt weniger Schaden dadurch, gell? Ja. Was willst du denn dabei machen? Wir haben halt nix dabei zum Knoblauch abfalle. Mhm. Glaub nicht. So. Ich bin halt echt so dumm zum Reiten. Ja, weil du mich schießt, hast du das gesehen? Hm. Drecksack. Bisschen abfahren hier noch. Ja, warum muss ich hier schon mal hoch? Ich bin schon oben. Bin auch dabei. Alter, die kommt mit der Heukabel. Ja, die mit der Heukabel hat. Ich lieb. Alter. Ich mach doch gar nix. Ich will doch nur in Ruhe hier abfarmen. Mensch töten. Ja. Ich will doch nur in Ruhe hier Menschen töten. Aber gut. Ja. Ja. Vampire help, neee Aber so viel Baumwoll gab es hier gar net Aber schon nur Häusl, okay Ja Naja, ein wenig Baumwolle eigentlich bekommen Da warst du auch schon drin hier? Ja Was ist mit deinem Hut, ey Das sieht geil aus, oder wie Alucard? Wir müssen nur rot sein Wir müssen auch scharfe Metzl geben Wir müssen Ja, müssen Ja 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 So. Ich verkleb mich mal als Mensch. Ach das. Ey cool, wir müssen uns gar verstecken hier. Ich bin jetzt im ... Da ist eine Mütche dort drin. Gucken wir. Super. Da oben ist noch ein Bauernhof, da gibt's Baumwolf. Also Wolfhäte. Mhm. Da gehen wir jetzt auch mal schnell hin. Ich muss gleich was trinken. Ich hab das einfach schon erledigt. Entschuldigung. Wer weint denn da? Ah. Ah. Oh shit, ist so ein Gruff, ey. Jetzt wird's ein bisschen gefährlich. Ach was. Hatte ich nicht vorher. Heiß. 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 Sonne. Ach. Faz. Mensch. Nur. Oh. Schwierbeleerts. Ja. 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 Ich schreibe gerade auf deine Plätze, gell. Ja. Ja. Dann nehm ich halt deine. Du hast meine. Schon lange. Jetzt stell dich jetzt auf. Ich komm ja nicht mehr raus. Du stehst schon das so. Ich wüs. Ja. Der Weg haben wir noch nie gelaufen, oder? Nein. Das Farmland-Portal geht garantiert nicht. Nein. Dumm gelaufen. Müssen wir laufen. Das könntest du dich mal fixen, ey. Ja. Ich glaub, das wollen sie nicht fixen. Ja. Ja. Weil hier nur wir sind aber an der Stelle. Im Normalfall spiel ich nicht nur zu zweit. Gut. Du kannst ja auf dem PVE-Server sogar nur spielen. Wir spielen halt auf dem Server für Dummies. Das sind nur mir drauf. Ja. Also wir mögen schon andere Menschen. So ist es nicht. Aber. Nur mit Abstand. Ja. Ja. Und Abstand. Und kurzes Hallo. Oh shit. Oh shit. Renn. Renn. Die Digge ist in uns her. Ich weiss. Der bummt uns um. Ach was. Nein. Oh shit. Oh leck. Ich klicke da, Weile. Oh leck. Ich klicke da, Weile. Ist egal. Das ist halt die blut. Das ist halt. Oh shit. Du bist die andere rumgelaufen. Oh shit. Ich hab die falsche Card geguckt. Ich hab die Sonne überachtet nur. Egal. Boah. Schon wieder Klockler Versäuchung. Ah mein ist immer noch bei 91. Ah mein ist bei 68. So, bin daheim. Ich auch gleich. Wilbur lebt noch. Plätze nicht mehr. Gelogen. Oha leck ey. So, was war mit einem Baumwoller? Ich hab 1050 gefunden. Ja, ich muss gucken wie ich gefunden hab. Aber es gab auch sowas im Dreh. Na. Nein. Ach. Was soll ich schon ohne Ende? So, was hab ich denn da? Ich hab Glas gefunden sogar. Und Fischöl. Warum hab ich 885? Ja, dann schmeißen wir durch einen. Ich brauch noch einen Webstuhl. Was man gleichzeitig noch ein bisschen Tuch herstellen können. Hm. Boah stinkst du nach Knoblauch, Alter. Ach, ich bin kein Arsch ey. Ähm. Ähm. Das wär aber cool wenn, ähm. Wenn die Kappe rot wär. Und der Umhang. Also dieses Cape, dieser Schal. Das wär viel cooler. Kannst du noch Pflanzenfasern herbringen? Ja. Wie viel brauchst du denn? Viele. Das heißt viele. Zwölf Stück. Also zwölf Pflanzenfasern und vier Leder gibt ein A-Tuch. Okay. An viele. Warte losig. Pflanzenfasern. Reichen 3000 erstmal. Ja. Krats. Ich mach so rein, okay? Ja. So. Ich muss nochmal mein Inventar leeren. Okay. Wo ist dieses Chal. Inventar. Inventar. Ja. Inventar. Inventar bin. Inventarans. Inventar. Oh nein. Wir brauchen nämlich noch 4 Baumvulkanen und dann können wir ja die Schneiderbaumkommarer. Ihr habt 4 Baumvulkanen? Ja. Ich habe hier 4 Baumvulkanen. Ja, dann gib mir die Wur. Ich lege sie da drin, ok? Ja. Da war irgendeiner Truhe drin, glaube ich. Mhm. Alter, ist das Ding riesig. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, bis Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.